Herzlich Willkommen bei Noob Tech zu einem anderen Video. Diesmal geht es um kein Unboxing, es gibt kein Tutorial, nein, es gibt ein Verdienenspiel. Ihr habt richtig gehört, es gibt nichts zu gewinnen, denn zu verschenken haben wir nichts. Wer schenkt uns was? Wir möchten euch aber trotzdem etwas verdienen lassen. Was das sein wird, werde ich euch dann gleich zeigen. An wen richtet sich dieses Verdienenspiel? Es richtet sich vornehmlich an unsere Abonnenten und die, die es noch werden möchten. Deswegen gibt es ein paar Bedingungen, wie ihr an diesem Verdienenspiel teilnehmen könnt. Erstes, ihr müsst Abonnent von Noob Tech sein. Zweites, ihr müsst unter diesem Video einen Kommentar verfassen. Dritter Teil, ihr müsst dieses Video auf Facebook verteilen oder auch Twitter, wäre ganz angenehm. Ihr seht also, jede Menge Holz für euch abzuarbeiten und nun möchte ich euch zeigen, worum es geht. Wir möchten euch in diesem Sinne eine Digicam verdienen lassen. Es ist zwar nicht diese Profikamera, die man sich wünschen würde, jedoch gibt es vereinzelt Leute, die eine Kamera suchen für schnelle Schabschüsse, um in die Materie einzusteigen, wie auch immer. Und deswegen möchten wir euch die Casio Exilim EX ZS5 verdienen lassen. Diese Kamera hat alles in allem ca. 14 Millionen Pixel und andere Daten blende ich euch jetzt ein. Damit ihr gleich los starten könnt mit dem Ganzen, legen wir euch noch eine 4 GB SDHC Karte ins Paket dazu. Das heißt, aufladen, Karte einlegen und losfotografieren und eventuell sogar kleine Videos drehen. Tja, was soll man noch mehr sagen? Liegt nur mehr an euch. Wollt ihr es verdienen oder nicht? Grundlegend noch bitte ein Thema. Teilnehmer sollten zumindest 16 Jahre alt sein. Sind sie das nicht, dann bitte das Einverständnis der Eltern oder zumindest einem Teil der beiden einholen, damit ihr an diesem Fairteenspiel teilnehmen könnt. Das Ganze wird bis Ende März laufen. Danach werden alle Bedingungen, die ich jetzt genannt habe, geprüft. Habt ihr alles erfüllt, kommt ihr in eine Auswahlmaschine. Ich nehme in dem Fall diese von Commentorio, die so schön und wunderbar Gewinner auslosen kann. Und der Gewinner darf sich dann, ups, habe ich jetzt Gewinner gesagt, der Verdiener darf sich dann bei uns melden. Und wir werden ihm schnellstmöglich sein verdientes Gut zukommen lassen. Also wie gesagt, es liegt an euch. Wollt ihr, wollt ihr nicht? Wenn ja, freut es uns, erzählt es weiter. Wenn nein, ta, dann behaltet es für euch. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.